Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Max Rabe. Werner Richard Heymann schuf mit einem Text von Robert Gilbert einen wunderbaren, sehnsuchtsvollen Titel Irgendwo auf der Welt gibt's ein kleines bisschen Glück. Ich wünsche der Initiative Global Family weiterhin viel Erfolg, um Familien glückliche Momente irgendwo auf der Welt bescheren zu können. Alles Gute!